Den bleiben, Dr. Malzen! Stehen bleiben! Halt! Mr. Martin, gehen Sie schnell von hier weg. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, aber... Dieser Film ist stahlhart, konsequent, realistisch, erbarmungslos. Er zeigt den härtesten George Nader, den es je gab. George Nader, dieser Name hat einen faszinierenden Klang. Er birgt für atemberaubende Aktion, für spannendes Geschehen. George Nader, das heißt zwei Stunden, beste Unterhaltung. Um nochmal auf unsere Verabredung zurückzukommen. Ja und? Willst du mich ein- oder ausladen? Das liegt bei dir, wenn du mit dem Tellerspagetti-Banchino zufrieden bist, okay? Widerling! Du weißt genau, dass es mein Lieblingslokal ist. Also um acht wie immer. Professor Dornheimer, einer der großen, wagemutigen Forscher und Wissenschaftler unserer Zeit, hat einen Blick in die Zukunft getan. Er hat die Menschenmaschine erfunden. Phantome belauern die Welt. George Nader jagt sie. Glenn, was machst du hier? Ah! Ah! Wie? Oh! Supermännern. Jeder Situation gewachsen unverwundbar und hart. Hart wie Granit. George Nader jagt Phantoms. Eine gnadenlose Jagd. Unbarmherzig. Stahlhart. George Nader.